Die Map, die sie geändert haben, wie ich sie übrigens noch nicht kenne. Schöööön, Aim-Bot. Leute, haben sie geändert. Man kann da nicht mehr boosten, die schon, Alter. Ja, okay, jetzt schaue ich rein, wallhacken. Oh, da muss ich ja gleich noch mal ein bisschen rumgucken, ne? Ja, ich habe ein Script. Kann ich eigentlich schon... Kann ich eigentlich schon... Der Bunny hoppt, er walled, er aim-bottet. Er denkt, er ist eine ganz andere Held. Ja... Ja... Reicht auch schon. Das ist dann vielleicht vorbei. Schau mal, wie er da rauskommt. Macht der Heck. Ja... So war trotzdem Aim-Assist. Also... Ehrlich. Jetzt kommt Train, ne? Gucken wir mal. Ja... 20 zu 3, fast keine Headshots. Da hat einer definitiv Spaß am Spiel. Ja... 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 Da ist jemand mad. Ja... 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 Oh, jetzt stellt er ein. Jetzt. Stellt er ein. Oh, 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 oh. Ja. Das ist, Alter, 4x P90 und ein Autosniper. Tödliche Combo WB, ey. Alter, Leute, sag mal. Seht ihr nicht, dass ich Overwatch mache, um mir zu schreiben? Haltet ihr dann alle behindert? Okay. Pre-Fire des Todes, ey. Alter. Hashtag for no friends. Ja, ist immer noch das CT-Überraffungspaket. Das verstehe ich nicht, aber. Genau, geh noch näher zum Beispiel. Alter, der ist ein Fraggle, ne? Ah, so. Gemütlich machen. Köpfer du. Das ist auffällig, der Gegner geht nicht voll in die Ecke, um das so reinzuschicken. Ich dachte, sogar noch Hits. Oh, stecklos. Ohne Abdeckung. Macht Sinn. Nicht. Alter, wie der 4x P90, ne? Pro-Night-B. 4x P90. 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 5x P90. 5x P90. 5x P90. 5x Ph gray. 3x P90. 1x P90. 5x P90. ich hoffe ja dass er dann noch rein spinnt oder jemand anders rein spinnt aber das sieht kann nicht so aus oder waren die hoffen soll das alles ist einfach nur raus weil wir leben jetzt scheiße wenn das so gut ist was spielt er denn gerade nicht bei AEM mit, ey warum spielt er denn hier gerade so wie ist er nicht mit uuuuhhh der Seelgegnis mit dem Runterladen auch so schnell das ist einfach so die Hack-Map gefühlt weil irgendein mal von seinen Hälften halb im Naau da kann sich ja auch mal rein lang die Combo habe ich auch schon gespielt habe ich aber auf den Sack gekriegt weil ich Scout nicht kann wenn er nur Aave ach warum warum tun die Leute das ach sein Mate uuuuuhhh uuuuuhhh sein Mate rennt rückwärts was geht denn hier erste bei 1 im Naau auf den zwei die Karater war die Dein Mate hat den leichten Spin-Hack an, ey. Alter! Der Rage-A-Model. Ja, die haben beide den gleichen Hack. Doch er dreht sich halt nicht. Ich werde dich immer in eine andere Richtung gucken lässt, wenn... Hey, we're gonna open to it, Ketis. Und die auch auflockt die ganze Zeit, ey. Hat er die ganze Zeit direkt gefollowed. Ja, das ist eine Schrotflinte, man. Geh doch hin. Oh, hacken und dann noch, ey. Einfach rumsitzen den ganzen Tag. Ja, leh. Gamesense. Alter. Ist er irgendwie nervös, weil er sieht auf die Gegner und schießt daneben. Ja, kann man gar nicht. Oh, oh. Oh, das ist aber nicht hundertprozentige Headshot-Arte. Dann wäre das Kacke. Dann wäre das Heck, aber... ...die Spielhacken. ...die Spielhacken. ...die Spielhacken. ...die Spielhacken. Ja. Jetzt liegt er auf keinen Bund mehr. Er auch nicht. Die spinnen doch alle. Warum? Was ist denn? Was ist daran so toll? Also... Hier. ...die Spielhacken. Kein Bunnyhop, ne? Kein Bunnyhop, ne? Kein Bunnyhop, ne? Jo, das ist der Schüt. Das ist der Schüt. Oh, da will's jemand wissen jetzt. Oh, da will's jemand wissen jetzt. Alter, der Heck, ne? Oh, grüße. Oh, das ist halt richtig. Da nimmt man den Nade oder so Alter Schwede Aber dieses Abspasten Ist ja eigentlich Upside Down View gedöhnt Weil Aim Assist ist klar Da hat er völlig reingehängt Recall Reduction Elimination Das Improved ja das Aim Er hat gegner Sinn Und das hat die Leute Abgelenkt davon Dass er hoch runter links rechts guckt Das heißt er hat external Andere hat er auch Schreibt es mal hier in die Kommentare Ich würde das jetzt so abgeschickt Magische Map Mies Moschelle Mies Moschelle Ach du heilige Scheiße Schreie Mies Moschelle Noch Leute, ey, ganz im Ernst, ne? Man will einmal in Ruhe spielen. Und dann kommen alle an. Oh, 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 oh. Oh, oh! Das ist enttäuschend! Oh, bist du irgendwie hässlich oder so? Oh, der Able Trigger hat nicht durch die Wand. Das ist ja langweilig. Er hat an, aber das ist ja langweilig. Ach, Alter Leute! Ja, komm. Was soll denn das? Ich glaube, er stimmt das stimmt nicht. Nein! Er ist heftig. Er ist ein deutlich krasser Typ. Ich will einfach nur wissen, ob er noch rein spinnen oder ob er Bunny hat, aber das macht alles nicht. Da sind doch wieder Leute, da laden einen ein und dann... Die Tage sind aber jetzt voll. Oh, er ist so scheiße. Mal angeguckt. Aber er hat das halt. Dämonium 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 Bis zum nächsten Mal.